Seacrouds 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 Und so weiter und so fort. Ja, das war es eigentlich schon, was man zu diesem Lichter-Kitten-Event sagen kann. Außer eine Sache noch, einmal kommentieren reicht vollkommen. Also mehrfache Kommentare werden automatisch rausgefiltert bei dem YouTube-Coming-Picker. Und es wird natürlich auch überprüft, ob ihr den Kanal abonniert habt, bevor ihr das Geschenk dann ausgeschüttet bekommt. Also in dem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß. Und wir hören uns in den nächsten Videos, im nächsten Livestream. Bis dahin, euer SeacRauts-Team, euer Maraha. Frohe Weihnachten sozusagen, oder frohen ersten Advent. Wir können uns ja darauf schon hinbewegen. Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit. Also das ist ja wirklich schon quasi vor der Haustür stehend. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video.